Joshua, ist das du? Ja, ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Geh weg. Ohne Kopf noch ordentlich. Naja. Hey, du bist Kurtis, oder? Hey, Mann. Wie geht's? Macht nur komische Geräusche. Hallo. Kann ich dir was fragen? Ich bin's. Aber ich glaube, ich laufe gerade in die falsche Richtung. Ja. Oh mein Gott, ich sehe nichts mehr. Hilfe. Hallo? Äh, hallo? Warte mal kurz. Irgendwie habe ich es noch nicht so richtig. Ah, so. Da sind wir wieder. So. Runterspringen. Weiterlaufen. Weiterlaufen. Drunterher ducken. Oder so ähnlich. Haare. Leiche. Feuerarzt. Was haben die gesagt? Äh, wir werden sowas von abkratzen. Mit dem Messer geht es besser. Nein, nicht mit dem Messer. Mit der Feuerarzt. Feuerarzt. Verdammt, ich hab's schon wieder gesagt. Öffnen. Das haben sie auch schön aus dem Silent Hill Film geklaut. Hm, ich frag mich, ob man das auch damit zerreißen kann. Ja, klar, mit dieser Ware geht's nicht. Am Arsch. Naja, muss ja nicht alles realistisch sein. Oh, Krankenschwester, ich höre schon. Oh mein Gott. Krankenschwester, oh. Da kriege ich einen Anfall. Boah. Komm mal her, meine Süßen. Boah, daneben. Ah, Hure. Oh, oh. Voll die Brutale. Auf Bisschen. Okay, gut. Irgendwie. Ah. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Also ich lass ja mit mir spaßen, aber das geht zu weit hier. Komm bitte, komm bitte. Weich aus. Weich doch aus, Alter. Aua. Aua. Ich sterbe. Hahaha. Hure. Da, in die Muschi. Uah. Jetzt bin ich schon wieder fertig mit den Nerven, Leute. Ich sag's euch. Es wird reizig. Ich hab Angst vor denen. Muschi. Ich lass jetzt die Laserwaffe draußen. So. Oh, schüssim. Ich weiß es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie lustig die mal fliegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Da oben ist er. Nein, nicht auf L. Bitte nicht. Nein. Komm runter da. Weißt du was? Geil. Hier seht ihr mal wieder einen schönen Bug. Auch nicht schlecht. Naja. Was will man machen, ne? Scheißviech. Ich will dich doch nur liebhaben. Meine Güte. Was ist eigentlich das in den Käfigen? Was ist eigentlich das in den Käfigen? Das habe ich auch noch nicht bemerkt. Wird gerade fragen, was ist eigentlich das in den Käfigen? Jetzt weiß ich's glaube ich. Was bedeutet, jetzt können wir den Schalter drücken und die falsche Tür nehmen? Was ist eigentlich das in den Käfigen? Nein. Boah. Scheiße. Ich habe mich erschreckt. Mein Herz. Oh mein Gott. Das war jetzt echt zu viel. ja ich sage euch was das missgeburten ich habe mir gerade übelst in schreck eingejagt soll nie erschreckt hat sie total vergessen soll was sagen da kommen noch mehr von in diesem haus zu leicht vor daneben gehauen mein spiel scheiß ab sie haben die typ am kacken okay also mit der axt haben wir auch keine finishing muss was das wünschen irgendein wichtiger code dran 110 391 das merken wir uns jetzt einfach mal geben das hier ein 1 1 0 3 9 0 oh mein Gott was ist passiert die Familie ist das wichtigste, Alex das muss weh tun hey man ja 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 geiler glitz mein spiel packt nur mein spiel packt dass ich die beiden wegen so oh mein Gott Willa was soll denn jetzt ab das war klar dass du was wiederkommend in der wichtigsten cutscene überhaupt was soll denn das war was soll das war Nein!